Hallo Minecraft-Freunde, hier mal wieder eine ganz kurze Ankündigung, ich mache nämlich morgen, also am 5.6. noch einen Livestream, da der heute, also der Stream gerade eben nicht so wirklich super toll gelaufen ist, der hat rumgehakt, also OBS hat Probleme gemacht und so, und der Stream ist irgendwie, der ist zeitversetzt angefangen, also ich habe schon gestreamt und da ist auf Twitch noch gar nichts gewesen, also merkwürdig, vielleicht war es auch nur bei mir so, aber naja, deswegen, morgen gibt es nochmal einen Livestream, ja und da hoffe ich mal, dass es besser läuft, ja, also von daher, bis dahin, ciao und tschüss und was auch immer, also tschüss.